Leave no one behind Lass niemanden zurück Zurück im Niemandsland Tausende Menschen an Europas Küsten sind im Notstand Während wir uns beschweren Hashtag zu Hause bleiben Müssen diese Menschen ohne Zuhause unter unvorstellbaren Umständen leiden Das Leiden Wie ihr Leiden Und der Wahrheitsverlust Denn wir nuckeln schon seit Jahren an der reichhaltigen, privilegierten Wirtschaftsbrust Während wir genüsslich im warmen Busen versinken Zerstört dieselbe Wirtschaft komplette Klimaräume Wodurch ganze Völker fliehen müssen und schlussendlich ertrinken Doch wenn sie nicht ertrinken, dann werden sie in Camps verfrachtet Mehr als Tier denn als Mensch betrachtet und jegliches Menschenrecht komplett missachtet Miss-Achtung Ich vermisse die Achtung Ich vermisse eine allumfassende, auch für diese Menschen geltende Krisenbetrachtung Eine Betrachtung der Krise Die Europa nicht nur auf dem Papier, sondern auch physisch vereint Indem die Länder endlich mal zusammen agieren Für die gemeinsame Bewegung Leave no one behind Please do it for humankind Vielen Dank